Heyo, der Mike's hier und willkommen zurück zu Terraria Calamity Mods Season 2. Ich habe mir die Rüstung zusammengefarmt, die Equips auch zusammengecraftet. In der Season 1 habe ich das ja alles einzeln gemacht, das haben wir jetzt einmal geskippt. Ja, basically habe ich mir zwei Items gemacht, aus denen viele zusammengeforged wurden. Gibt mir ein bisschen mehr Damage, gibt mir ein bisschen mehr Verteidigung, Damage Reduction und einige zusätzliche Effekte, was das alles macht. Ja, da gehe ich jetzt nicht so in Detail drauf ein. Ich würde mal sagen, wir versuchen den Destroyer. Dafür brauchen wir erstmal einen Mechanical Worm. Ich habe auch die Farm zusammengebaut, habt ihr ja in der Farm-Folge gesehen. Wenn nicht, dann kann ich die ja gleich nochmal erklären. Ich habe mir hier eine kleine Automatik zusammengebaut, damit immer Herzen gespawnt werden etc. Man sieht, das ist mit Spikeballs gemacht. Man kann eigentlich noch nicht in den Tempel rein, weil man ja erst Plantera dafür besiegt haben muss. Aber mit einem Glitch kommt man da rein. Den zeige ich euch gleich nach dem Kampf auch nochmal, falls wir denn gewinnen, was ich nicht glaube. Ja, dann würde ich die Maschine einfach mal anscheißen. Kurz mal buffen, mit dem Cosmo Light auf Nacht setzen und den guten alten Wurm beschwören. Ich darf halt nur nicht von der Front erwischt werden, weil die Front ist am härtesten. Das geht aber eigentlich relativ easy, wenn man hin und her läuft. Oder auch nicht. Die Laser machen mir ein bisschen zu schaffen gerade. Oh shit. Ich hoffe hier irgendwie durchzukommen, aber nein. Ich verstehe nicht, warum manchmal nicht die Herzen aufgesammelt werden. Das ist echt nervig. Das ist echt geil. Aber versuchen wir es nochmal. Vielleicht habe ich ja genug Geld für die ganzen Potions. Ja, hier wollen alle auseinandergenommen. Ach, hier ist der Brauereimeister. Mage Potion. Mage Potion. Ja, dann versuchen wir da einfach nochmal. Mein Gott. Ist da eine Hardreach bei? Nö. Dann müssen wir das nochmal machen. Die brauche ich nämlich auf jeden Fall. Einmal die. Einmal die. Einmal die. Einmal die. Wenn wir das gemacht haben, konnten wir wesentlich höher fliegen. Das war wesentlich einfacher. Naja. Machen wir nochmal von neu. So. Neue Nacht. Und dann gib ihm. 3 Einmal die. Das war jetzt. Oh ja. Ei. Spaßands. Qian. Musik. 係. abuse. Unter hier. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ja, doch. Krass. Okay, das war wieder mega knapp, aber hey. Trotzdem geschafft. Alter. Ja, nice. Heftiges Ding. Haben wir hier, Explosive Shotgun Shell. Das brauchen wir nicht, dort auch nicht. So, hier haben wir wieder eine Grater. Die sind im Moment noch ein bisschen rar, aber naja. So, kommen wir einmal nach Hause. Gucken wir mal, ob wir die anderen beiden auch noch machen können. Oh, ist voll. Müssen wir wieder ein bisschen hier rausnehmen. Doppelt und dreifach. Serpentine habe ich einfach so oft, weil ich den äh... Ja, die Giant Clem so oft gemacht habe. Das habe ich bestimmt irgendetwas verkauft, was ich nicht verkaufen wollte. Nö, alles drin. Gut. Gut. Dann gucken wir da mal. Die Augen. Können wir auch machen. Ich weiß nicht, ob ich das mit... Also mit dem Rüstungsset kann man die Gravitation jederzeit ändern, was relativ nice ist. Ich guck mal, ob über mir was ist. Ja, über mir ist was. Vielleicht kann man das mit Antigravitation easy machen. Mal schauen. Erstmal die Nacht nochmal von vorne machen. Oh, jetzt sind die natürlich enraged. Nice. Weil ich zu weit weg war. Vielleicht macht das Ganze nicht so einfach. Ja, dann killt mich eben, ey. Hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Egal. Dann bleiben wir so lange mal noch in der Nähe von den beiden, wa? Nee, dann bin ich zu kurz dran. Nee, dann bin ich zu kurz dran. Nee, dann bin ich zu kurz dran. Ja, dann bin ich zu kurz dran. Dann bin ich zu kurz dran. Ja, jetzt hab ich keine Heartreach Potion. komme ich auch nicht an meine herzen dran miese brise und ich mache viel zu wenig schaden die plattform ist auch ein bisschen länger sein für den kampf dann machen wir das dann mal eben plattformen dann werden die boots aktiviert was da relativ heiß ist ja plattformen sind schon wichtig mache ich so lange eine hard reach portion ist doch schon echt wichtig hätte schnitt gedacht weil dann kann man nämlich wie sie da lang laufen solange die auf einen schießen und wenn die in die charge phase wechseln dann springt man einfach weg ja früher konnte man die in space bekämpfen das war eigentlich mein versuch weil dann sind die relativ easy dann kannst du immer nach oben und nach unten fliegen aber hat jetzt nicht so geklappt leider naja schön die plattform bauen potions kaufen machen wir hier oder wurde der brewer jetzt gekillt ja wurde er dann halt doch hier live force hard reach und vielleicht meine magic power und die stimulantien auf jeden fall und dann wollen wir uns noch mal nahe zusammen und dann versuchen wir es doch einfach nur noch einmal ist immer noch zu kurz die plattform das ist vielleicht auch nicht die richtige waffe gegen die beiden ein bisschen zu slow dafür aus ein bisschen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann packen wir mal die Arrows da rein Holy Moly So, das sollte doch genügen eigentlich Was sagt das Geld? Boah, ist ein bisschen mau geworden Sollte noch für die Pots reichen Gucken, ob das so besser Funktioniert Machen wir noch ein Auge Und eigentlich müsste ich Die Plattform was höher bauen So meine Vermutung Ich kann ja nicht wirklich ausweichen Leider, aus irgendeinem Grund Funktioniert das nicht so, wie ich mir das gedacht habe Wo ist denn der andere Boy? Ah, der Kompass Ja, der Kompass Ja, der Kompass Ah, okay Sobald man die Gravitations ändert Enrage'n die Damit man auch ja nicht den Trick ausnutzt Ja, komm Dann killt mich einfach Ohne Scheiß Ah, das sind die nice gemacht Ich mach das Ganze Nochmal ein bisschen kniffliger Kann doch nicht sein Die beiden brauche ich auf jeden Fall Hm, was hätte ich denn Noch so an Magic-Waffen Hm, es gab da einen Wenn ich das sehe Kleinen Moment Sorry Öh Unvorbereitet Dies, das Ananas Tut mir leid Ich krieg das hinten Christel Ja, warum wird er mir denn da nicht angezeigt? Hä? Da Ich suche Ich verbrauche ich den Frost Und er droppt nur Und er wird nicht verkauft Wie behindert ist das denn? Keiner, der den verkauft Hm Ja, dann müssen wir halt nochmal versuchen Mein Gott Dauert halt Dauert lanz Dauert 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, nice Nein Basta nix Ich hasse das, da willst du ein paar Bosse machen, aber nö Fuck you Ja, sorry 20 Minuten haben wir schon wieder gebraucht für den Bums Ja, zumindest haben wir einen besiegt So, ich mach jetzt erstmal der Geklacker hier raus Das geht mir nämlich um den Sack Mensch So Ja, und dann würde ich sagen Ich Fahr mir nochmal ein bisschen Equipment zusammen In der Hoffnung, dass das besser so funktioniert Bau die Arena nochmal ein bisschen aus Und dann schau ich mal Dann sehen wir uns in der nächsten Folge Das war's von meiner Seite aus Bis dahin, euer Mike Tschüss